stirb stirb hallo und willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal und zwar mit einem neuen spiel weg fest habe ich mir im angebot geholt für 23 euro auf steam und zwar gestern also am donnerstag habe ich mir geholt und habe da auch schon mal reingespielt muss sagen dass ich echt tief beeindruckt bin und zwar so beeindruckt dass ich mir dachte ja davon muss man ein video machen also bei weg fest geht es halt darum möglichst viel zerstörung anzurichten während den rennen und bei sogenannten destruction derbys und dann haben wir hier verschiedene möglichkeiten unserem wagen zu upgraden halt mit also leistungen panzer und optik halt da können wir ja später noch mal drauf eingehen und ansonsten aber hier halt noch tuning damit habe ich mich noch gar nicht befasst weil ich mich damit auch einfach nicht auskennen lackiere rei hier kann man noch ein paar kleinigkeiten verändern so ja meine wagen da habe ich den hier war so die wendung muss ich machen dabei ist nicht ganz so spannend also kein video wert und hier kann man neue autos kaufen aber ich wette ja nicht online ok das ist natürlich gut dass man die nicht online kaufen muss ja und ich denke mal ich würde mir ja im laufe der zeit mein neues auto kaufen noch nehmen mache ich jetzt noch nicht dafür habe ich jetzt nicht genug geld und ja ich würde sagen dann gehen wir mal auf die karriere und hier das haben wir fertig und ich würde mit euch ein destruction derby starten ich denke das ist jetzt hier die nächste aufgabe so wie das hier aussieht verursachen mindestens 1500 schaden erledige drei gegner stand da gerade als herausforderung so da sind wir auch schon zwar stehen wir jetzt hier alle bereit die grafik ist auf ultra ich spiele ganz mit einem xbox one controller und dann starten wir mal und los geht's und zwar gucken ob man die gegner hier kaputt macht mal eben den spieß hat noch ein bisschen runter drehen habe irgendwie angst dazu laut ist das video umsonst aufnehmen so wo der hat aber noch gut leben ja ich hoffe das schaffen war ihr seht schon dieses wahnsinn schadensmodell so ein bisschen konzentrieren muss ich mich schon ne kritischer schaden aber wir werden danach noch einen versuch starten aber ich denke nicht dass wir es schaffen werden wir müssen als letzter überleben ne ja haben wir nicht geschafft starten wir direkt neu und ohne ladezeit so wie das sein muss ja gibt ja auch normale rennen ähnlich wie bei dirt diese dirt rennen halt aber hier sind die einfach noch viel cooler irgendwie so von einem schadensmodell alleine das ist mir mal reingedonnert hier das ist mir mal reingedonnert hier aber man sieht halt physik spielt hier eine große rolle in dem game ne den 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 ja ja oh man unser wagen schon ganz schön gestreddert ey den haben wir auch weil es ist nicht einfach ne also stellt euch das nicht so leicht vor wie das aussieht ich muss noch lernen wie man schäden am besten vermeidet ja bin ich selber bei kaputt gegangen vielleicht nochmal neu kaum erinnern versuchen ganze verschiedene kameraperspektiven ne halt auch eine innenperspektive und dann ist auch richtig geil wie man sehen kann ich muss noch mal die physik demonstrieren boah irgendwie hat man noch mit dem wagen hier keine chance oh man also mir macht das game auf jeden fall spaß wie gesagt 23 euro auf steam ihr könnt mir aber gerne in die kommentare schreiben wie es euch gefällt also mir persönlich gefällt es richtig gut wurde mir ja auch schon empfohlen ja jetzt sind wir geschrottet und wir suchen uns jetzt mal ein neues auto aus wir kaufen uns einfach ein hohohohoho ja den können wir uns gerade gönnen glaube ich den können wir uns gerade kaufen ja den holen wir uns jawohl den holen wir uns und ich hoffe den kann man jetzt hier auch aussuchen in der karriere das wäre ganz cool und wir starten rein bei der karre kommt es halt auf die panzerung an jetzt hier ne hört sich auch anders an irgendwie die fahrzeuge haben wirklich kein tacho knall mal weg hier ist das geil stehe ab stehe ab wir haben wir so weg so weg der nächste aber auch nicht überschätzen schon stark wenn man bedenkt, ob man den noch aufrüsten kann der Sound ist geil, finde ich wenn die Fahrzeuge so zusammenknallen ja, ist halt schwierig Anlauf zu nehmen weil er halt ein bisschen schwerfälliger ist aber ich glaube, wir haben auch schon zu viel Schaden und den holen wir uns auch noch hier brauche meiner oh oh, kritisch sieht aus wie auf einem Schlagfeld oh, wir sind kaputt wir machen noch mal noch mal komm einmal noch und das soll man nicht schaffen dann ist das Video halt vorbei und hochgeladen soll halt nur Spaß machen mir macht das bis jetzt auch Spaß boah kann man auch rückwärts vielleicht macht das weniger Schaden ja, das macht weniger Schaden auf mich selbst ich finde die Grafik halt auch richtig gut irgendwie auf jeden Fall hält der Wagen länger aus als der Kleine ne ah, sieht schon besser aus hier oh, der hat mir aber einen mitgegeben hier oh, der Wagen, ey der macht nicht mehr lange ja, wir sind durch wir sind kaputt ja, das soll halt ein kleiner Einblick schon mal gewesen sein so und kaum habe ich die Aufnahme beendet habe ich die Chance wahrscheinlich hier äh zu gewinnen das ist jetzt schon äh also ich habe halt die Aufnahme beendet gerade also auch Schüss gesagt habe ich von euch verabschiedet und äh ja, es sind nur noch zwei Gegner da und jetzt haben wir glaube ich die Chance dazu gewinnen mal schauen, was dann passiert also ist halt extended, ne ein extended Video so ja, den haben wir du bist dran jawohl, geschafft erster jawohl, dann erste Mal ja, jetzt aber wirklich Tschüss Freunde jetzt wirklich Tschüss haha hinterlasse den ganzen Daumen nach oben und ein Abo bis zum nächsten Mal ciao tschau ja, tschau tschau ja, tschau tschau